Er sagt, die russischen Verschlüsselungscodes sind irgendwo auf dem Bausenpaket. Vorrüstung zu Kontrollpunkt Alpha. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Boah! Lade nach! Mann an! Ich brauche Hilfe! Mann an! Mann an! Mann an! Achtung! Wir helfen uns! Fingertopf! Wir kommen hier! Hilfe! Labe da! Wir werden mit dem Hilfestigen! Wir werden mit dem Hilfestigen! Die Verschlüsselungscodes sind irgendwo auf dem Börsenpaket, finden und zum Dach bringen. Gute$0! Boaah! Alter... Achso, Giftgas ist da und ich wunder mich die ganze Zeit. Ey! Ich bin leer geschossen! Lade nach! Lade nach! Und wieder hier auf der Seite. Lade nach! 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 So, wieder da! Wie wieder da! Telefon gegen uns! Nur noch eins! Ich wollte dran gehen aber! Keiner dran! Alle! Dann alle alleine sind... Metal 04. Alle Verpflichtungskurfs gesichert, mehr Rücken zum Dach, over Ich liege hier beim Dach Hier ist irgendwo noch einer Ich weiß, da ist scheiß drauf Auf das Dach, Metal 04 Metal 04, feindliche Truppen auf den umliegenden Dächern In Deckung gehen und Sektor halten Auf das Dach Wingschle die Anfassung Super Wingschle das Magazin Upload zu 25% abgeschlossen Wingschle das Magazin Es kommt ja großzunehmend Boah, hier sieht es wieder aus Boah ich hasse das Der Einer muss die ganze Zeit da in der Nähe bleiben Kommst du zu mir? Ja, ich kann dich wieder Ja Nimmst du bitte das andere Platz wie dein Das andere kann ich nicht Pfff Alter hier ist wieder Giftgas ey Immer nachgucken Möch Ich habe den Möch Upload zu 75% Upload Metal Metal Oh, hier! Du stehst in Gas, ne? Nee, ich krieg kein Damage. Das ist vor mir. Dieses dreckigsten Fernsehen wird das wieder. Oh, ich hab das nicht mehr auf System Gas. Boah, extrema lecker. Ich bleib jetzt hier nur noch stumpfliegen. Metal 04, Ablo vollständig. Tolle Arbeiten. Blackhawk unterwegs zur Abholung. Ankunft in 2.0. Das ist wunderschön.